ARD Text im Auftrag von Funk 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 So vorne. Hab ich. Sauberes Ding. Ah, verdammt. Oh, komm. Kommt in die Mitte? Ich hab's versucht. Ja, zu spät angekündigt, sorry. Ich hab versucht, aber ich hab ein bisschen versucht, dass beide Gegner daneben gesprungen sind. Ja, der war eigentlich so langsam, als dass er durchkommen könnte. Ja, das hab ich nämlich auch gedacht und darf aber einfach komplett durch. Oh. Boah. Ich mach's. Versuch, du meinst du verlängern? Oh, verdammt. Boah. Ne, dass er den trifft, hätte ich jetzt nicht. So. Ich hab ein paar lange Gegner vorbeigespielt. Ach. Ich hab ein paar lange Gegner vorbeigespielt. Oh Mann. Ja, sauber. Yes! Da war wieder mehr Glück und versch... mehr Glück dabei als sonst. Dass ich den ersten Ball so nur so ganz leicht schleife und der zweite mir direkt an die Seite rollt. Oh, der kommt schön. Was? Meins, meins, meins. So eine schöne Vorlage, muss ich es auch nennen? Na komm, ich hab dich da reich geschaut. Den hätte ich auch ohne dich gemacht. Ich fahr. Alter, ich lecke, ich lecke. Verdammt. So, ich hab auch einfach nach vorne geleckt irgendwie. Ich bin total zur Seite gedreht. Ja, ich auch. Hey, das war jetzt richtig wies. Aha. Komm, das gewinnen wir. Ich fahr. Gut. Alles gut. Nein. Jo, alles klappt. Boah ey. Hat den jemand? Nein, okay. Versuch's, ich versuch's. Nein, ich bin so schön. Ja, ich wurde weggerammt. Ich hab mich gemacht. Wahrscheinlich. Ach, warst du auch dran sind? Ach, warst du auch dran sind? Ja, aber ich wurde weggerammt. Ach, das war ich wahrscheinlich. Nein, nein, du hast mich nicht erwischt. Ich war ein Gegner. Ach so. Der ist mir voll in die Seite gefahren. Ich geh immer davon aus, dass sie trennen wollen. Irgendwie wollen die nicht treffen. Ich hab's auch schon gemerkt. Ich hab's auch schon gemerkt. Ich hab's auch schon gemerkt. Ja. Wie auch immer sie es geschafft haben, wieder alle drei daneben zu springen. Ich weiß nicht, warum ich sechs Torschuss hab. Sven, fährst du? Ja. Gut. Oh, beide kommen. Kann aber den Schuss zumindest ablocken. Ich bin im Tor, ja. Ich bin dem zwar voll aufs Dach gesprungen, aber hat gereicht. Ich hab wieder zwei Gegner weggerannt. Ja, ich hab dann aber... Da kommt einer noch. Geil. Ja, nee, das war wieder Teamwork vom Allerfeindsten abgesprochen und beide daneben gesprungen. Ganz genau. Ja, brauchst du zwei. Ja, aber ich hab ein bisschen mit dem Taschenrechner rumgetan und errechnet, dass die jetzt nicht in einer von zehn Sekunden, äh, wie viel, äh, fünf Tore schießen, um noch zu gewinnen. Ja, okay, okay. Hast du gut gemacht. Ja. Bin stolz auf dich. So, die erste Runde hier entscheidend gewonnen mit einem 5-1. Ich denke mal, da war nix von knapp die Rede. Ähm, mal gucken, ob das nächste Spiel wieder genauso gut läuft. Wir spielen wieder gegen ein volles Dreierteam, so wie es aussieht. Ja. Ja. Oh, scheiße. So, mit Dampf. Die ganze Zeit ist er nicht durchgekommen. Wer ist denn? Okay. Ich fahr. Gut. Ich fahr. Ah. Pfff. Ich hab... Ich hab dich als Beifeld verwendet. Ich weiß, hab ich gemerkt. Kann los. Sehr gut. Was überholst du mich denn jetzt? Ja, ich wurde konsportiert. Schau, ich wollte dich vor diesem Schicksal bewahren. So. Oh. Ja. Ja, sauber. Perfekte Vorlage. Und wieder mit der Unterseite. Echt? Weil ich sonst den zu hoch geschossen hätte. Ja, stimmt. Ja, noch was dran. Durchfahren. Gut. Ups. Oh, der Gegner hat direkt wieder abgefälscht. Der bleibt bei denen drüben. Schön. Oh, scheiße. Oh. Oh, ich geb... Oh, gosh. Verdum. Nein erledigt. Ok, sorry, hab ich probiert, hab mir gedacht, wenn du den so behindert in die Mitte schlägst, probier ich zu schießen. Bad. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da probiert hab. Aber es hat funktioniert, schau. Wow. Der kommt schön wieder, denke ich. Hallo? Yes. Ja. Hast du mir zwar wieder meinen Ball geklaut? Komm, ich hab dir die Vorlage gemacht. Ich hab ihn ja trotzdem bekommen. Es war kein Clown, es war eine Vorlage. Ja, ja, ja. Das würde ich jetzt auch erzählen. Oh, der kommt. Direkt. Nee, der ist zu weit. Ja, vom Tor hinten sieht man's nicht richtig. Oh, Mann. Versuch zu nehmen. Oh, und hinaus. Ah. Bin hinten. Ja, ich geh jetzt nach der Seite weg. Oh, verdammt. Sorry, sorry. Das war ein Problem. Ich hab nicht hier. Nicht lange. Nee, aber erst mal weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hab ihn... Nicht, doch, ja. Du hast ihn perfekt gespielt. Du hast ihn perfekt gespielt. Nein. Und den hat er perfekt abgeblockt. Dass da immer einer dazwischen sein muss. Doch. Kann die denn jetzt her. Bin drin. Geh, der kommt schön. Ah. Ich weit genug. Boah ey. Jetzt benutzt er nicht. Jetzt benutzt er nicht. Boah ey. Jetzt benutzt er nicht. Na komm ich. Ah, ich war leider zu weit vorne gestanden. Ah, nein. Ah. Definitiv nicht. Ja, da war noch ein Gegner dran. Dereck gekommen. Oh. Ist was? Ja. Schön. Ich war nicht drüber fast alle. Weil sie dann wieder schon verkackt haben, ne? Wollte ich sagen. Weil sie dann wieder schon verkackt haben, ne? Was haben denn noch nicht spürte? Buche ich nicht! Wir sind jetzt wieder. Bestattung. Wollte ich nicht. Hier sind die ganze Zeug. Da geht. Da geht. Da geht. Die hauptszen. Schicke Poser. Ja, ich muss den noch zu Boden hauen, damit der auch sicher am Boden landet. Ja Leute, ich würde sagen, das war's mit der Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und tschau. Tschau.